Herzlich willkommen bei Handelkrieg das Ding hat wahrscheinlich nicht mehr durchfurcht mit Fackelmann Axel Schulz ich will nicht gehen kommen wenn es mehr trinken oder so sie haben uns herum gespielt Speicherpunkt ist gut das ist nichts doch von der Kirche mal wieder es wird nur noch Mann Lebensflaschen habe ich voll die kommen Gegner das glaube ich gern Ziel schon auf die Dinger du bleibst hier stehen ja ich gehe in den Raum ich mache das die Ische wieder und sie hat die Freunde gefunden sie ist auf die Dinger die Dinger die Dinger die Dinger die Dinger die Dinger sie hat die Dinger die Dinger die Dinger Die sind noch mehr. Ich laufe. Oh, mich hat irgendwas verbreitet. Meine Fresse, wo ist sie? Ich hasse diese Ische, ey. Ja, Pokémon. Ich bin schneller als du. Alter. Fotze. Fotze, Alter, du bist kein Gegner. Ah! Oh, moin! Lalalala, sie fliegen. Endlich wieder Kanonenfutter, ne? Mach, jagt doch sie! Mach ich doch, mach ich doch, keine Sorge. Bin voll. Alles deins. Hier gibt's noch Wiederbelebungsflächen. Ich brauch keine, oder? Brauch ich eine? Du hast rein geworfen. Da war was, da war was. Oh, das ist so gut, es ist ein neues Schild, meine es ist nicht runter. Ich weiß nicht. Brauch das die Heiler. Nein, es ist ein behindertes Leckschild. Schade, schade, schade. Schade, schade. Schade, schade. Schade, schade. Schade, schade. Ich bin Maximul, alles voll. Ich geh' noch mal ganz kurz gucken. Tyler? Ne, warte. Hab' noch genügend. Wär nur gut gewesen. Das sind hier welche, ey. Hier sind so viele Speicherpunkte, ne? Ohne Flachs, Dave, guck dir das mal an. Hm, ich seh's. Ich glaube, wir sind kurz vor dem Ende, weil jedes so'n Ding bedeutet, dass wir einen Abschnitt haben. Ja, warum? Ich glaub' vielleicht schaffen wir's heute nur. Einerseits find ich's toll, andererseits find ich kacke. Oh, oh. Ich kann mich nicht entscheiden. Ja, dein Volk ist tot, wir wissen. Und Kontrolle. Ich fühle mit dir, Mädchen. Dann hilf mir den Bastard in Stücke zu schneiden. Das wird niemals so emotional wie beim Drachen. Das wird niemals so emotional. Scheiß die Wand an. Niemals wird das so emotional wie beim Drachen, Dave. Da können die... Ich seh' ne Götling. 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 Götling, du bist mein. Okay. Bist bereit? Ja. Ich geb' dich. Ich plan... Ich plan... Ich planier's, als wär's ein Parkplatz. Ich geb' dir auch auf den Flankendeckl. Ein Ali! Um den kümmere ich mich. Geht schneller, wenn ich das mache. Ja, aber du musst nach vorne gucken. Weil... Gau'n. 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 jetzt langsam echt kritisch jetzt war langsam alles kritisch Geh mir aus dem Weg Minotauros Neues Schild wo? Was? Neues Schild? Du hast von nem Schild geredet Sagte mir gehen die Pfeile aus und alles ist kritisch grad Nein, dein Charakter sagt dir gerade. Oh, ein neues Schild Hab ich keinen gefunden Ich hab immer noch meine Algen Nichts dergleichen Ich check mal eben die Aufnahme Ich bin mittlerweile echt paranoid was das angeht Slack ist Menschen, stürze in den Tirannen, töte an Das sind alle Missionen die wir noch haben, die es so gibt Scheinbar Wir sind Rang 16 Hast du dir mal angeguckt was das alles bringt Hier, wenn du dir das Menü einguckst Können wir ja mal eben machen Der Stamm der Königin, Feuerschießer Kann man da nicht irgendwas aufrüsten oder so? War da nicht was? Ne Wovon redest du? Köcherauffüllung Ach, du redest von der Schmiede, ne? Das ist zum Dungeon bauen Die Freischaltung, was wir alles haben Ausschließlich? Mh Konnte man nicht hier irgendwie was aufrüsten oder so? Ne, das schaltet sich automatisch frei, dass wir Gold besammeln Achso, schade Übrigens, Leute, so auf lange Sicht, wenn ihr hier zuguckt und ihr denkt, ey, die beiden sind unterhaltsam, warum auch immer Könnt ihr uns gerne Dungeons schicken Ich weiß ja Der leuchtet heute nirgendwann Er ist verstrahlt Materia Ok Materia, was willst du uns sagen? Ich war hoher Priester in Kalamur Ich habe lange dafür gebeten, dass der große Krieg sich zu unseren Wunsten bindet Nach dem Tod der Königin wurden meine Gebete erhört Das Volk jubelte, der Sieg schien nahe Aber seine Majestät schien verändert, schärfer, härter Ich sprach ihn an und er gestand, dass er die Hilfe dämonischer Mächte angerufen hatte, um den Krieg gegen Deifel zu gewinnen Dann packte er mich im Kopf und zerdrückte meinen Schädel mit den bloßen Händen Mögen die Götter seine See gnädig sein Oh oh Materia, Traum dran Jaja Er sieht jetzt lila Wolken im Himmel Ich sehe doch vom lila strahlen Ich glaube das ist schon der nächste Abschnitt Wir rushen hier gerade durch die Abschnitte, ne? Man kann sie nicht abschießen, abstechen oder verbrennen Schöner Spruch Na zum Thema Höhenangst auf jeden Fall Zu weit um jetzt aufzugeben Ich guck mal nochmal kurz Pause Kapitel 6, ja schade, noch nicht weiter Ja also 6 ist das letzte Kapitel Das weiß ich Wir waren hier doch schon einmal Solange wir nicht noch einmal hier landen Warte Ne Sieg ist Slack 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 Steck fest Steck fest Alles kommt dran Ne 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 Hau und kümmere ich mich Außer hängt fest dann fies ihn ab water Drache Dave Kann ich nichts gegen machen Ich weiss nicht auf was du da schieße aber du könntest dem wie nur da aus gerne abknallen werden sie nicht besitzen ja Leute es ist unglaublich spektakulär wie wir diesen Minotaus gerade schlachten unglaublich aber bei der Unterricht die das Spiel hat teilweise den Tag mit dem uns das ist einmal auch die Begabts 2 mal das erste Mal mehrmals und ich wollte sich auch ein Vorgang in das Wort ein Wort und ist nie einfach Miesel Barthel Treck ist Sto und Stor das ist ein bisschen Wissen die Halle und für die Hand zu spielen sondern Skyrim nach dem Korb nicht existenten Du meinst online Skyrim online gibt doch Skyrim offline nee der ist kurz offline ja mein Lieber ich hab keine Wolzen mehr ich geh jetzt mal hin mit dem Reden das ist schön, dass mir auch Spaß hat, tat, 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 tat Achtung Klaus, tausend Euro mehr ich hab denen ein Geschenk da gelassen der hat einen Abflug gemacht Knie nieder Zimmer war bayerischer Spiel also ich schaffte jetzt schon zum dritten Mal und es noch nicht gibt zählt dass ich noch mal ein Gegner mit einer Ambrust töte oh da war noch Gold was soll ich haben hab ich er steht wieder auf Schinken oh mein Gott Unterko der Ultra-Dragon auf die North, auf die South, from the West to the East oh du zurück, Dave, zurück, wo auch immer du bist ich hab mir noch zurück, vertraue mir zurück zwei Stück noch, oh ne, komm bitte noch da haben wir jetzt nicht ins Schussfeld ich weiß es nicht, frag das Spiel ich weiß es nicht, frag das Spiel ich weiß es nicht, frag das Spiel ein Controller vibriert PERMA jetzt sehr gut hörst du wieder auf Controller? bitte ja Leute, kurz in der Folge bis zum nächsten Mal ciao, ciao